Willst du dir nicht noch einen Pulli anziehen oder so? Heute werden's nur 40 Grad. Ich bin Detektiv, ich muss gepflegt aussehen. Ich hab gehört, dass unser neuer Sergeant angekommen ist. Willkommen aus St. Marie. Danke, Officer Price. Hey, nenn mich Marla. Und, was wissen wir? Ich würde sagen, er ist vom Kurs abgekommen, aber es gibt noch etwas anderes. Was ist passiert? Meine Schwester ist passiert. Ich springe in die Dusche und ich stehe auf Privatquere, also bis gleich. Ich bin in der Hölle, Harry. Okay, genau so ist die Hölle. Wir glauben, er wurde vergiftet, Sir. So etwas würde ich nie tun. Sie dürfen sich nicht wundern, Herr Stippen. Finden Sie sie raus. Ich untersage es, ihn loszufahren. Ich finde, Sergeant Thomas sollte der neue DS sein. Ich glaube, dass sie wirklich gut darin wäre. Es ist echt cool. Ich möchte einen Mord melden. Entweder wollte Eve ihren eigenen bevorstehenden Mord melden oder den von jemand anderem. Was, wenn man sie erkennt? Dann fliegt sie auf. Das ist ein Risiko. Miranda lügt. Ich habe kurz nach Mitternacht einen Schuss gehört. Du willst mir nicht sagen, was es ist, habe ich recht? Aber ich will es wissen. Ich bin Polizistin. Auf die Knie, Sergeant Cassell. Ich bin Polizistin.